Im folgenden Kapitel möchte ich nun endlich den großen Themenkomplex Modeling behandeln, denn Modeling besteht ja nicht nur darin, dass man Objekte von A nach B schiebt oder dass man im Edit-Modus ein Mesh verformt, bewegt, dupliziert oder so, sondern dass man bestehende Geometrie verwendet, erweitert und deformiert. Also kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt im Edit-Modus bin von diesem Würfel, könnte ich jetzt die oberste Fläche auswählen, deswegen gehe ich jetzt hier in den Flächenauswahlmodus, wähle mit der rechten Maustaste diese Fläche aus und möchte jetzt diese Fläche erweitern. Und erweitern heißt, nicht nur einfach bewegen, auch nicht duplizieren, sondern extrudieren. Und extrudieren bedeutet, dass diese Fläche dupliziert wird, aber gleichzeitig mit der Ausgangsfläche verbunden bleibt. Und diesen Extrusionsbefehl, den finden Sie hier drüben in der Werkzeugleiste bei den Mesh-Tools, da gibt es hier die Add-Optionen, also neue Geometrie hinzufügen. Und das erste hierbei ist Extrude Region, also Region extrudieren. Und der Shortcut dafür ist E. Und in diesem Fall ist es auch einfacher, den Shortcut zu verwenden, denn hier ist das gleiche Problem wie bei den Transformations-Tools. Das heißt, die Transformation wird sofort gestartet, sobald Sie auf diesen Button drücken. Und wenn Sie etwa eine Fläche nach links bewegen wollen, dann kann Ihnen hier der Rand des Bildschirms in die Quere kommen. Und deswegen ist es in diesem Fall einfacher, den Shortcut zu verwenden. E für Extrudieren. Und Sie sehen, dass ich automatisch in einen Bewegungsmodus gekommen bin und dass ich aber auch eine neue Fläche habe. Beziehungsweise ich habe nicht nur eine neue Fläche, sondern fünf, nämlich die hier und diese Flächen, denn die ursprünglichen Vertices, die ich ja hier in den Ecken habe, die sind erhalten geblieben. Und ich habe eine neue Fläche und diese neue Fläche wurde automatisch verbunden mit diesen Vertices, sodass ich jetzt etwas ganz Neues modellieren kann, nämlich nicht nur einen Kubus oder eine achteckige Form, sondern kann jetzt hier auch eine Rundung einführen. Einfach nur dadurch, dass ich diese vier Vertices skaliere. Und Sie haben eben gesehen, dass die Extrusion entlang einer bestimmten Achse vonstatten ging. Und diese Achse war die Flächennormale. Das heißt, immer wenn ich eine Fläche habe, zum Beispiel diese hier, und diese Fläche extrudiere, indem ich E drücke, dann ist diese Bewegung, die automatisch gestartet wird, immer parallel zu der sogenannten Flächennormale. Und die Flächennormale ist ein bestimmter Vektor. Und dieser Vektor, der sitzt immer lotrecht zu der Fläche. Also wenn ich hier den Modus wechsle von global auf lokal, dann hat sich hier noch nichts verändert. Aber es gibt hier auch den Orientation-Modus normal. Und jetzt sieht man, dass diese blaue Achse hier lotrecht zu dieser Fläche sich befindet. Und das ist, wie gesagt, die Flächennormale. Und diese Flächennormale ist, wie schon erwähnt, ein bestimmter Vektor. Und diesen Vektor kann man sich auch für alle Flächen anzeigen lassen, indem man N drückt, um hier dieses Panel zu zeigen. Und dann bei Mesh-Display, das ist dieses Panel hier unten, hier gibt es die Option Phase-Normals. Und das ist eine kleine türkise Achse hier. Ich kann das mal etwas länger machen, die Normal-Size. Das ist also jeweils nur ein bestimmter Vektor, der anzeigt, wie die Flächennormale aussieht. Und können Sie natürlich nicht nur Flächen extrudieren, sondern auch einzelne Punkte. Also wenn ich mal in den Vertex-Select-Mode wechsle und diesen Punkt auswähle und jetzt E drücke. Und ich schalte mal hier die Normals wieder aus. Also ich drücke jetzt E und bin jetzt hier in einem ganz freien Bewegungsmodus. Sehen Sie auch hier unten. Ich habe hier die ganzen drei Achsen zur Auswahl und kann jetzt hier diesen Punkt irgendwo hin bewegen. Zum Beispiel hier. Und habe jetzt also keine Fläche, sondern einen neuen Punkt und eine neue Kante, also automatisch verbunden. Und wenn ich jetzt hier diesen Punkt nehme und ebenfalls extrudiere, dann habe ich jetzt zwei so Antennen. Und kann aber zwischen diesen beiden Antennen jetzt eine neue Fläche erzeugen. Also genau wie diese Fläche, die man hier sieht, sich ja auch aus vier Punkten aufbaut, kann man jetzt diese vier Punkte auswählen und auch hier eine Fläche erzeugen. Und der Shortcut, um eine neue Fläche zu erzeugen, kann man sich auch ganz leicht merken. Da geht nämlich F wie Fläche, Phase oder Fill. So, ich habe jetzt hier eine neue Fläche. Und kann mit dieser Fläche jetzt weiterarbeiten. Zum Beispiel könnte ich die Kante auswählen. Und auch die Kante kann man extrudieren. Also ich drücke wieder E. Und bin jetzt hier in einem Modus, der mich an die X- und Y-Achse von der Ursprungskante bindet. Also nochmal E. Also ich bin hier auch nicht ganz so frei. Also hier gibt es auch eine Kantennormale entlang, der ich mich jetzt hier bewegen kann. Und kann so also so eine Wellenform modellieren. Einfach nur durch drücken der Taste E und dann die Kante hier mit der linken Maustaste ablegen. Hier kann man also ganz interessante Dinge machen. Oder zum Beispiel nochmal in den Flächenauswahlmodus gehen, diese Fläche auswählen und durch drücken der Taste E hier so einen Arm extrudieren. Und dann kann man zum Beispiel auch hier jedes zweite Phase auswählen. Also diese drei zum Beispiel und durch drücken der Taste E nochmal extrudieren. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade modelliere, aber mal gucken, was dabei rauskommt. Also hier kann man sehr schnell neue Formen erzeugen. Und Sie sehen, dass diese Flächen immer parallel, also immer lotrecht zu der Flächennormale sind. Und diese Extrusion, die ist natürlich nur möglich, wenn Sie im Edit-Modus sind. Wenn ich aus dem Edit-Modus rausgehe mit der Tabulator-Taste und jetzt E drücke, passiert gar nichts. Denn extrudieren kann man immer nur Faces, Punkte, Kanten. Sie können später auch im Kurven-Modus, können Sie auch Kurven extrudieren. Aber wie gesagt, ein Objekt kann man wie gesagt nicht extrudieren. Das kann man immer nur mit der zugrunde liegenden Geometrie. Sie können im Edit-Modus nicht nur extrudieren, Sie können auch unterteilen. Also wenn wir uns mal das Add-Menü noch genauer angucken, dann gibt es hier Extrude, Region, Individual und dann gibt es noch Subdivide. Und Subdivide ist eine andere Art, neue Geometrie zu erzeugen, nämlich unterteilen. Also ich drücke hier mal drauf. Und hier sehen Sie, das ist einer von diesen Befehlen, die man hier auch wunderbar ausführen kann aus der Werkzeugleiste. Denn das ist kein Transformationsmodus sozusagen, sondern einfach nur ein einzelner Befehl. Also man drückt einmal drauf und es wird ausgeführt und ist also wie ein Button, den man einmal klickt. Umgekehrt nochmal zum Vergleich. Ich gehe mal hier in den Flächenauswahlmodus, drücke Extrude Region. Also hier sehen Sie, hier bin ich jetzt automatisch in diesem Bewegungsmodus und bin hier beschränkt durch die Kante meines Bildschirms. So, also nochmal zum Vergleich. Hier Subdivide, ein einzelner Klick. Aber Sie sehen, ich habe jetzt hier auch den Last Operator. Kann also nachträglich noch angeben, wie viele Cuts, also wie viele Schnitte hier gemacht werden sollen. Also kann hier ganz leicht so einen sehr hoch aufgelösten Würfel erzeugen. Dann gibt es hier noch die Option Smoothness, also Weichheit. Und wenn Sie hier mal an diesem Slider ziehen, dann sehen Sie, wie jetzt dieser Würfel langsam rund wird. Und bei einer Rundheit von 1, also entspricht eigentlich 100%, haben Sie hier schon fast einen Ball. Und man kann hier jetzt nicht mehr weiter erhöhen. Man kann aber künstlich die Smoothness höher setzen als 1. Also wenn ich hier jetzt einmal reinklicke, dann kann ich diese Beschränkung 1 überschreiben, gewissermaßen, indem ich jetzt mal 2 tippe. Und habe jetzt eine stärkere Weichheit als 1. Auch hier bin ich jetzt wieder beschränkt und kann nicht mehr größer als 2 gehen. Kann aber natürlich kleiner als 1, je nachdem, wie weit ich hier gehen kann. So, und man kann das auch überschreiben mit 10. Das ist jetzt schon ein bisschen verrückt. Also ich setze es mal zurück zu 3. So, und hier kann man also mit diesen Unterteilungen und diesem Last Operator schon eine ganze Menge machen. Und hier kann man dann wieder weiterarbeiten, zum Beispiel im Face Select Mode. Bestimmte Flächen auswählen. Mit E extrudieren. Und eigentlich viel mehr brauchen Sie fast gar nicht zu wissen, um hier die wildesten Sachen zu modellieren. So, ich öffne wieder eine neue Datei. Gehe nochmal in den Edit Modus. Und scrolle hier nochmal runter, um Ihnen noch eine weitere Sache zu zeigen. Nämlich den Befehl Loop Cut and Slide. Und neben Extrude ist Loop Cut mit einer der wichtigsten Befehle im Blender. Also Extrude, Bewegen und Loop Cut. Das sind so die Hauptmodeling-Werkzeuge, möchte man sagen. Und der Loop Cut tut nämlich eine Sache, die Extrude auch tut. Nämlich einen sogenannten Loop erzeugen. Ich gehe jetzt nochmal hier in den Flächenauswahl-Modus. Wähle diese Fläche aus. Extrudiere die mit E. Setze die hier drüben ab. Und jetzt sehen wir hier in der Mitte diesen Ring aus Kanten. Ich drücke mal Z für den Wireframe-Draw-Mode. Und habe jetzt hier diese vier Kanten, die hier wie so einen Ring bilden. Man könnte auch sagen, einen Loop. Dieser Loop geht hier rundherum um mein Mesh. Und dadurch kann ich jetzt hier viele Dinge machen. Also Rundungen einführen, Einschnürungen erzeugen und so weiter. Man kann diese Loops auch erzeugen, ohne dass man an den Seiten etwas herauszieht. Und zwar indem man den Befehl Loop Cut & Slide ausführt. Und auch hier gibt es einen Shortcut R. Aber ich aktiviere mal den Befehl von hier. Und es scheint, als hätte sich nichts getan. Aber wenn Sie mal in den Header gucken, dann sehen Sie, dass Sie hier noch in einem bestimmten Bearbeitungsmodus sind. Und was man jetzt hier machen kann, ist Select a Ring to be cut. Also ich muss erstmal einen Ring auswählen, der durchschnitten werden soll. Und wenn Sie die Maus über eine von diesen Kanten bringen, dann sehen Sie hier einen rosa Ring. Und dieser rosa Ring, das ist eine Vorschau dafür, wo geschnitten werden würde. Und jetzt hatte ich ja gesagt, ich will hier schneiden. Deswegen bestätige ich das jetzt mit der linken Maustaste. Klicke einmal kurz. Und Sie sehen, ich bin jetzt hier, sieht man hier unten, im sogenannten Edge Slide Mode. Also im Kantengleiten-Modus. Also ich kann jetzt diesen Ring entlang einer Kante gleiten lassen. Und zwar so lange, bis ich nochmal die linke Maustaste betätige. Ich drücke jetzt mal den Shortcut, Steuerung R. Also hier Shortcut, Steuerung R. Steuerung R. Bringe die Maus über diese Kante. Und wenn die Auswahl jetzt hier so rosa ist, dann kann ich hier jetzt bestätigen mit der linken Maustaste. Ich lasse die Maus gedrückt und kann auch hier jetzt wieder diese Kante so lange gleiten. Zum Beispiel hier an den Rand. Und wenn ich jetzt hier loslasse und nochmal klicke, dann wird diese Kante hier jetzt abgesetzt. Also wieder ein Befehl, der aus zwei Teilen besteht. Nämlich einmal das Unterteilen und einmal das Gleiten. Steuerung R. Und wenn man zweimal klickt, also ein Doppelklick, dann wird diese Kante hier jetzt abgesetzt. Und man kann mit diesen Unterteilungen jetzt weiter arbeiten. Zum Beispiel, indem ich zurück in den Solid-Viewport-Shading-Modus gehe, eine Fläche auswähle, zum Beispiel die hier, und die wiederum extrudiere. Und mit diesen Werkzeugen kann man auch wunderbar einen Tisch modellieren. Und zwar ganz ähnlich wie das, was wir eben schon gemacht hatten. Nämlich erstmal SZ, das Ganze schmaler machen. Und statt jetzt neue Würfel einzufügen, verwende ich jetzt diesen Shortcut STRG-R, klicke hier, lasse diese Kante hier rüber gleiten, setze die ab, mache das gleiche hier drüben, also STRG-R, linke Maustaste, gleiten, linke Maustaste zum Bestätigen. Und das Ganze nochmal hier, also STRG-R, linke Maustaste, dann nochmal bestätigen. STRG-R, linke Maustaste, bestätigen. Kann man auch mit Enter machen. Und habe jetzt hier diese vier Vierecke. Und da es ein Tisch sein soll, wähle ich jetzt erstmal alles aus. Mit A bewege ich das nach oben. Und kann jetzt hier aus der Ansicht von unten diese vier Flächen auswählen. Und jetzt mit E einfach extrudieren und nach unten ziehen. Und habe jetzt damit auch meinen Tisch. Das Ganze gucke ich mir mal von vorne an. Und zwar in der orthografischen Ansicht, damit ich hier genau gucken kann, ob diese Flächen durch den Fußboden durchgehen, also über die X-Achse hinausragen. Und das tun sie, deswegen bewege ich die mal etwas weiter nach oben. Also so. Lasse die los. Und habe jetzt damit hier meinen Tisch. Und das sind tatsächlich fast alle Tools, die sie brauchen, um zu modellieren. Bewegen, skalieren, rotieren, extrudieren und Loop Cuts. Mehr ist es fast nicht. Zusätzlich zu diesem Loop Cut gibt es noch das Äquivalent, nämlich Loop Select. Also wenn ich hier mal in der Mitte unterteile, nochmal STRG-R, linke Maustaste einmal absetzen, dann hat man jetzt hier diesen Ring aus Kanten. Der jetzt automatisch ausgewählt ist. Den kann ich jetzt hier bewegen. Nach oben, nach links, nach oben. Ich kann ihn auch größer machen. Aber wenn man jetzt die Auswahl ändert und irgendwas anderes ausgewählt hat und jetzt nochmal diesen Ring haben möchte, diesen Loop, dann kann man den natürlich auswählen, indem man nacheinander hier alle Kanten auswählt. So und so und so und so und so. Aber Sie sehen schon, das ist etwas kompliziert und mühsam. Und es gibt eine ganz einfache Variante, so einen Loop auszuwählen, nämlich mit einer bestimmten Modifikation von diesem Befehl Auswahl mit der rechten Maustaste. Nämlich wenn Sie die Alt-Taste gedrückt halten, das tue ich jetzt, und bringe die Maus über eine Kante, diese hier, und drücke jetzt die rechte Maustaste, dann wird automatisch der ganze Loop ausgewählt. Kann ich den jetzt natürlich nochmal bearbeiten. Ich bringe den nochmal zurück, drücke nochmal A, um die Auswahl abzuwählen, wähle jetzt mal diese Kante aus, und gehe jetzt in das Select-Menü, also Select, und hier oben kann man jetzt auch wiederum den gleichen Befehl auswählen, nämlich Edge Loop. Und das ist im Grunde das gleiche wie Alt- und rechte Maustaste, aber eben über das Menü. Also wenn man mal vergisst, wie dieser Shortcut geht, das kann man alles auch immer über das Menü lösen. Und wenn Sie hier nochmal reinschauen, dann sehen Sie auch eine Alternative, nämlich statt einen Loop auszuwählen, kann man auch den Ring auswählen, und der Ring, das wäre in diesem Fall der Ring aus Edges, also der Kantenring, der hier so rumgeht. Also das wäre jetzt der Ring, und auch den kann man auswählen, indem ich hier hingehe und sage jetzt Select Edge Ring, und damit werden jetzt alle diese Kanten ausgewählt, und die kann ich jetzt bearbeiten, zum Beispiel mit SY kleiner machen und damit hier so eine Schräge reinbringen. Und überall da, wo man einen Ring hat aus Edges, da kann man auch einen Loop Cut einfügen, also STRG R, linke Maustaste, linke Maustaste, Loop Cut. Und ich betone das deswegen, weil nicht alles automatisch auch ein Loop ist und nicht alles ist ein Edge Ring. Das heißt, wir haben hier zwar durchgängige Kanten, die kann ich auch so auswählen, aber wenn ich das hier versuche, mit der Alt-Taste und der rechten Maustaste, sich hier diesen Loop auszuwählen, dann scheint das zu funktionieren. Doch wenn ich mal in den Wireframe-Modus wechsle, dann sieht man, dass die Auswahl hier aufhört. Und zwar genau an diesem Punkt. Und der Grund dafür ist, dass hier ein sogenannter Pol ist. Und Pole sind Punkte, die nicht mit vier Kanten verbunden sind, sondern entweder mit drei oder mit fünf Kanten. Ich gehe mal wieder zurück in den Solid Draw Type. Also hier haben wir zum Beispiel einen Pol. Also hier ist ein Punkt, ein Vertex. Und dieser Vertex ist mit eins, zwei, drei Kanten verbunden. Und daher, wenn ich jetzt die rechte Maustaste und die Alt-Taste auf dieser Kante ausführe, dann hört der Loop an dieser Stelle auf, dass die Auswahl endet, denn alles das hier gehört nicht mehr zu dem Loop aus Edges, denn hier sind ja alle Kanten mit jeweils vier Kanten verbunden. Also solange ein Punkt mit vier Kanten verbunden ist, ist er auch Teil von einem Loop. und man kann da wunderbar durchschneiden, doch sobald man einen Pol hat, hört der Loop auf. Und Pole hat man nicht nur an solchen Ecken wie hier, sondern auch, wenn man ein Dreieck hat in seinem Mesh. Bis jetzt haben wir ja überall nur Vierecke. Also Vierecke, 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 Vierecke. Also alles wunderbare sogenannte Quad-Faces. Doch wenn ich mal nur eine Kante auswähle, zum Beispiel die hier, und gehe hier hin und sage Subdivide, dann wird nur diese einzelne Kante unterteilt und hier habe ich automatisch jetzt jeweils drei Dreiecke. Und das mag vielleicht überraschen, denn ich habe Blender ja nicht gesagt, er soll mir Dreiecke erzeugen. Ich wollte ja lediglich diese Kante unterteilen. Und hier sieht man einen Effekt, der in dieser Version von Blender und in allen vorherigen Versionen vorhanden ist und wahrscheinlich auch noch in zwei der nächsten Versionen, nämlich, dass es im Blender nur Dreiecke und Vierecke geben kann. In anderen Programmen können Sie Kanten unterteilen, wie diese zum Beispiel. Also gehe ich hier rüber, Subdivide und in anderen Programmen hätten Sie jetzt zwar diesen Punkt auf dieser Kante, die hatten Sie ja unterteilt, aber das hier würde immer noch eine Fläche sein. Und auch das hier könnte eine Fläche sein. Und im Blender wird es nun deswegen unterteilt, weil, zumindest bis jetzt, können wir nur Drei- und Vierecke haben. Doch diese Fläche, die würde es jetzt ja zusammensetzen aus eins, zwei, drei, vier, fünf Punkten und Fünfecke oder sechs, sieben, Achtecke gibt es im Blender noch nicht. Das heißt, wir können zwar hier aus einem Viereck auch zwei Dreiecke machen und das kann man tun, indem man zum Beispiel die Leertaste drückt und sagt jetzt Triangle, also englische Übersetzung von Dreieck, Triangle und kann hier jetzt die Quads, also die Flächen mit vier Punkten zu Trees, also zu Triangles, zu Dreiecken umwandeln und habe jetzt hier eine Fläche, die besteht jetzt aus zwei Dreiecken. Also ein Dreieck ist natürlich die kleinste Fläche, die überhaupt geht. Also wenn es nur noch zwei Punkte sind, ein Zweieck geht nicht, das ist ja dann eine Linie. Aber wie gesagt, aus diesen zwei Dreiecken, die hier so aneinanderstoßen, kann man ein Viereck machen, sodass es jetzt eine Fläche ist. Hier sind es jetzt ja zwei. Also ich kann auch diese beiden Flächen jetzt auswählen und kann jetzt nochmal die Leertaste drücken und tippe jetzt hier Quad und jetzt gibt es hier den Befehl Trees to Quads, also genau das Gegenteil. Shortcut wäre Alt J, J wie Join und habe jetzt diese beiden Dreiecke zu einem Viereck gemacht. Aber das kann man mit drei Dreiecken nicht tun. Also wenn ich diese drei Dreiecke habe und will diesen Befehl ausführen, dann sind zwei dieser Dreiecke zwar zu einem Viereck verschmolzen worden, doch das dritte Dreieck bleibt hier. Und das ist eben auch der Grund, warum man, sobald man nur eine Kante unterteilt, dass man dann automatisch überall Dreiecke kriegt, weil Blender muss diese Fläche irgendwie so aufteilen, dass Blender Flächen erzeugen kann, die er auch versteht. Also in dem Fall Dreiecke. So, ich mache das jetzt mal rückgängig mit STRG und Z. So. Und unterteile jetzt nochmal diese Kante, also subdivide. Und da wir jetzt ja hier Dreiecke haben und auch hier jetzt Punkte, die mit mehr als vier Linien verbunden sind, also hier haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, haben wir jetzt hier einen sogenannten Pol. und wenn ich jetzt STRG R drücke, dann hört der Loop Cut hier auf. Wir sehen ja hier diese rosa Linie, die entsteht, wenn ich die Maus über diese waagerechte Kante hier bringe, dann geht der Loop Cut nur bis hier. Das heißt, diese Kante wird jetzt, wenn ich die linke Maus betätige, noch unterteilt werden. Und zwar so. Aber man kann hier nicht mehr durchschneiden. Drücke nochmal STRG Z. Also ein Dreieck kann ich nicht so unterteilen, dass ich hier einfach durchschneiden kann. Und dadurch kann man einen Loop immer stoppen, indem man ihn an ein Dreieck stoßen lässt. Sodass, wenn ich jetzt hier schneiden wollen würde mit diesem Loop Cut STRG R, dann würde dieser Loop Cut auch hier aufhören, weil hier trifft er eben auf ein Dreieck und hier kann man nicht durchschneiden. So, und diese ganze Thematik, die kommt wieder beim Character Modeling und auch später noch beim Subdivision Modeling, denn das Thema Triangles und Quad Faces ist ganz, ganz wichtig für das, gerade für das organische Modeling. Aber hier nur so viel. Ein Loop Cut kann immer nur durch eine Reihe von Vierecken durchgehen. Mit den Tools, die wir bis jetzt kennengelernt haben, können wir dieses Wohnzimmer schon deutlich erweitern. Und zwar will ich jetzt mal den Boden etwas erweitern, gehe also in den Edit Modus und damit ich hier etwas mehr Platz zu modellieren habe, möchte ich bei dem View Menü ganz oben hier diesen Befehl betätigen, nämlich Toggle Fullscreen, also Vollbild Modus, denn die ganzen Eigenschaften und den Outliner, den brauche ich im Moment nicht. Also hier brauche ich jetzt einfach alles am Platz, was ich zur Verfügung habe. Da gibt es auch einen sehr schönen Shortcut für, für diesen Fullscreen Modus. Der Shortcut, der hier dabei steht, ist zwar Steuerung, Fall nach oben, aber ein viel schönerer Shortcut dafür ist Umschalt-Leertaste, denn die linke Hand liegt ja sowieso immer schon auf der Tastatur und der kleine Finger liegt eigentlich fast von Haus aus schon auf der Shift, auf der Umschalt-Taste und da ist es jetzt ein leichtes Shift-Leertaste zu drücken, um hier jedes Fenster schnell zum Vollbild zu verändern. Wenn ich jetzt nochmal Umschalt-Leertaste drücke, dann sieht man hier auch einen Button Back to Previous und damit könnte ich zurück in den vorherigen Modus kommen, kann hier also je nachdem, wo die Maus drüber ist, jedes Fenster sehr schnell kurzfristig zum Vollbild machen und einfach durch Drücken der gleichen Tastenkombination nochmal wieder zurück zur vorherigen Ansicht wechseln. So, also Umschalt-Leertaste, um hier zum Vollbildmodus zu kommen und will jetzt hier den Boden etwas weiter modellieren. So, ich gehe jetzt mal in die Oberansicht, also ich drücke 7 und gucke jetzt hier von oben auf meine Szene drauf, könnte jetzt hier sagen, ich will das Zimmer etwas erweitern, deswegen wechsle ich hier mal in den Edge-Select-Mode, wähle diese Kante aus, bewege die etwas nach hier drüben, dann könnte man hier vielleicht auch einen kleinen Erker extrudieren und dafür drücke ich jetzt E und damit die tatsächlich auch nur entlang der X-Achse mich bewege und nicht auch noch entlang der Y-Achse, drücke ich jetzt X und dann vielleicht so bis hier hin und um das jetzt schmaler zu machen drücke ich SY, so vielleicht, jetzt ist das etwas schmaler geworden, dann könnte man hier noch eine kleine Einschnürung einfügen, also STRG R, Loop Cut, der setzt natürlich immer genau in der Mitte an von dieser Fläche und deswegen drücke ich jetzt die linke Maustaste und slide jetzt diese Kante bis hier rüber, bis hier hin wähle jetzt diese Kante aus, drücke EY, bewege die ein klein wenig nach hier drüben dann kann man den Raum vielleicht auch etwas länger machen, also nochmal diese Kante auswählen und diese einfach ein bisschen länger machen dann auch hier kann man vielleicht noch eine kleine Abschnürung von diesem Raum erzeugen, also STRG R bis hier hin absetzen auswählen EY auch ein klein wenig extrudieren vielleicht bis hierher das ist jetzt so meine Bodenplatte und jetzt will ich daraus einen Raum gestalten also nicht nur eine Fläche sondern auch mit Wänden deswegen drücke ich jetzt einmal zweimal A um jetzt alles nach oben zu extrudieren also E und da ich hier eine Fläche hatte ist die jetzt automatisch auch lotrecht zu der Flächennormalen und extrudiere das jetzt mal so dreieinhalb Meter vier Meter vier und halb sagen wir mal vier Meter nach oben schaue mir das jetzt von vorne an gehe in den Wireframe Modus um zu gucken ob das von der Deckenhöhe auch so hinhaut und hier ist jetzt das Problem ich nenne es mal Problem ich habe nicht ganz so modelliert dass eine Blende Einheit auch ein Meter ist also die Stühle wären hier jetzt etwas groß aber da wir alle Freiheiten haben ist mir das jetzt mal wurscht deswegen mache ich die Decke noch etwas höher also vielleicht in etwa so und wenn ich jetzt durch die Kamera gucke dann sieht man dass hier habe ich jetzt so eine ja irgendwas ist mir hier im Weg das liegt daran ich gucke hier so direkt in der Mitte also hier der ist der quasi unsere Kamera unser Kamerazentrum ist hier hinten deswegen müsste ich die Kamera etwas nach unten bewegen um auch hier wirklich was zu sehen also das habe ich jetzt gemacht drücke nochmal 0 kann hier durchgucken bewegt die Kamera noch etwas weiter nach unten also GZ dann RXX und habe jetzt hier schon eine schöne Ansicht von meinem Raum dieser Raum hat noch keine Fenster und das will ich jetzt aber ändern indem ich nochmal den Raum auswähle in den Edit Modus gehe und einen Loop Cut einfüge denn was ich erreichen will ist ich will in der Lage sein hier Fenster zu extrudieren und diese Fenster die lassen sich am einfachsten erzeugen die müssen ja auch alle auf einer Höhe sein indem ich mit STRG R hier eine Loop Cut einziehe vielleicht so bis zu der Höhe absetzen dann noch eine einen weiteren Loop Cut der bis hier hoch geht absetzen jetzt bewege ich mich mal etwas und will jetzt also hier ein Fenster extrudieren kann das tun indem ich in den Flächenauswahlmodus wechsle das mache ich jetzt mal nicht mit dem Menü sondern möchte einen Shortcut dafür verwenden denn auch das ist etwas was man sehr häufig tut und der Shortcut dafür ist STRG Tabulator Taste und der erzeugt dieses kleine Popup dieses Mesh Select Mode Menü und kann hier jetzt auswählen Vertex Edge oder Face und da ich jetzt auch hier immer noch etwas klicken muss gibt es immer noch einen schnelleren Weg hier zum Ergebnis zu kommen alle Menüs im Blender oder alle Menüpunkte im Blender kann man auch aktivieren indem man die Zahl drückt von der Stelle an der sich dieser Menüpunkt befindet das heißt in dieser Liste ist der erste Menüpunkt Vertex und das heißt um jetzt in den Vertex Mode zu kommen könnte ich einfach die 1 drücken denn das wählt mir den ersten Menüpunkt aus und genauso ich drücke jetzt nochmal STRG Tabulator genauso weiß ich dass der Flächenauswahlmodus immer an der dritten Stelle ist deswegen kann ich jetzt durch 3 ohne dass ich mit der Maus irgendwas klicken muss diesen Menüpunkt Nummer 3 nämlich den Face Select Mode auswählen das kann man auch dann sehr schnell ausführen also deswegen ist der Shortcut für den Edge Select Mode STRG TAB 2 also STRG Tabulator Taste einmal drücken und dann 2 und das kann man auch sehr schnell hintereinander ausführen also STRG TAB 1 STRG TAB 2 STRG TAB 3 das ist zwar am Anfang etwas Fingerakrobatik aber da kommt man sehr schnell rein und so deswegen bin ich jetzt hier im Flächenauswahlmodus und wähle jetzt hier diese Fläche aus und drücke jetzt E um das zu extrudieren beziehungsweise ich bewege mich vorher mal also ich drücke einmal E und könnte jetzt hier dieses Fenster raus extrudieren das ist im Moment allerdings noch etwas unnatürlich denn in Wirklichkeit hätte man hier ja einen kleinen Fensterrahmen deswegen drücke ich nochmal STRG Z um rückgängig zu gehen und drücke jetzt trotzdem nochmal E aber statt jetzt zu extrudieren und diese Fläche jetzt zu bewegen drücke ich die rechte Maustaste um diese Bewegung abzubrechen und da ich ja aber noch dieses extrudierte also dieses duplizierte Phase hier liegen habe kann ich jetzt durch drücken der Taste S dieses Fenster skalieren und zwar kleiner machen und zwar so und habe so jetzt hier diesen Fensterrahmen erzeugt und kann wenn ich jetzt extrudiere dieses Fenster extrudieren hier rausziehen und habe trotzdem noch den Fensterrahmen und das kann ich hier bei allen drei Fenstern machen und zwar mache ich das mal aus der Seitenansicht also STRG 3 drücke nochmal E escape um das abzubrechen jetzt S um das zu skalieren und zwar skaliere ich das so weit bis es auf der gleichen Höhe ist wie dieses Fenster hier und da man hier sieht dass diese Fläche länglich war ist auch das Verhältnis zwischen der Breite von dieser Fläche und dieser Fläche etwas anders deswegen drücke ich nochmal SY um das Ganze etwas breiter zu machen hier also so und kann jetzt nochmal mit E linker Maustaste dieses Fenster hier etwas extrudieren dann gehe ich in diese Ansicht drücke nochmal E rechte Maustaste um die Bewegung abzubrechen habt ihr nochmal eine Extrusion sieht man auch hier in diesem kleinen schwarzen Punkt also hier ist ein kleines Face und wenn ich jetzt S drücke kann ich das skalieren so und noch ein bisschen kleiner und dann nochmal E und habe jetzt hier diese drei Fenster und da man durch Fenster auch durchgucken will wähle ich jetzt diese Flächen aus und will die löschen und den Shortcut für löschen kennen wir schon das ist nämlich X ansonsten kann man auch hier einfach gucken irgendwo aha remove delete Shortcut ist X ich benutze jetzt mal den Shortcut X und statt dieses Menüs wo ich einfach nur OK sagen kann was wir aus dem Object Mode kennen ist hier jetzt eine ganze Reihe von Optionen die ich auswählen kann und zwar kann ich hier entweder die Vertices auswählen und löschen oder ich kann die Edges löschen oder die Faces oder alles die Edges und die Faces nur die Faces oder auch einen Edge Loop und in diesem Fall was ich hier jetzt löschen möchte sind ja nur die Flächen die Punkte die Punkte hier die will ich behalten vielleicht zeige ich mal kurz was passieren würde wenn ich die Vertices löschen würde also Vertices kann man hier auch anzeigen mit diesem Menü und wenn ich jetzt sage X1 ist nämlich der Shortcut X1 ist die Vertices löschen kann ich natürlich auch einfach nur diesen Menüpunkt anklicken also delete Vertices und das Problem dabei ist dass jetzt dadurch dass ich hier diese Punkte gelöscht habe auch mein Fensterrahmen verschwunden ist deswegen STRG Z statt dass ich jetzt die Vertices lösche oder die Edges wähle ich X3 also delete Faces und da jetzt nur die Flächen gelöscht worden sind die hier ausgewählt waren bleiben die Kanten und die Punkte erhalten und damit habe ich jetzt hier noch meine Fensterrahmen und wie Sie gesehen haben kann man auch einen Edge Loop löschen das heißt wenn ich jetzt hier mal STRG R drücke und das hier bestätige und X drücke dann kann ich mit Edge Loop diesen Loop so löschen dass die Verbindung dazwischen erhalten bleibt denn wenn ich X1 auswählen würde delete Vertices dann hätte ich ja ein Loch also STRG Z wenn man stattdessen X was ist es eigentlich 7 auswählt also delete Edge Loop dann wird der Loop gelöscht aber die Verbindung bleibt erhalten also ist genau das Gegenteil von Loop Cut erzeugen 0 um durch die Kamera durchzugucken und jetzt haben wir hier schon eine kleine schöne Szene die Stühle können wir noch ganz schnell etwas modifizieren die Rückenlehne ist hier etwas ungemütlich noch und ich drücke jetzt mal um mich nur auf diesen Stuhl zu konzentrieren Shift H ist alles andere versteckt und gehe in den Edit Modus und habe jetzt hier diese Fläche und möchte jetzt hier einen beziehungsweise zwei ich möchte zwei Loop Cuts erzeugen damit ich hier die Lehne etwas nach hinten ziehen kann also wenn ich jetzt STRG R drücke und mit meiner Maus hier bin dann wird der Loop natürlich nur entlang der Sitzfläche erzeugt denn das ist ja eine in sich abgeschlossene Form also um die Rückenlehne zu unterteilen muss ich die Maus natürlich über eine Kante bringen von der Rückenlehne also die hier zum Beispiel und will jetzt nicht nur einen Loop Cut erzeugen sondern zwei und wenn Sie mal den Header durchlesen dann steht hier Use Mouse Wheel or Page Up and Down for Number of Cuts das heißt ich kann jetzt indem ich das Mausrad drehe auch die Anzahl der Unterteilungen erhöhen sodass ich jetzt hier ganz komfortabel zum Beispiel drei Loop Cuts erzeugen kann und kann die jetzt bewegen und will die aber entlang der normalen bewegen und im Moment bin ich ja noch in Global und da dieser Stuhl etwas gedreht ist würde ich wenn ich das jetzt mache das wäre jetzt ein sehr schiefer Stuhl eine schiefe Rückenlehne gehe also nochmal zurück und schaue mir an was lokal ist und lokal ist schon sehr viel besser geeignet also hier kann ich jetzt wirklich in der Richtung von dem Stuhl das hier bewegen nämlich so oder die Alternative wäre ich erzeuge mir eine Ausrichtung indem ich hier die Fläche auswähle diese beiden Flächen und wenn ich jetzt mal in das Menü Orientation gehe dann sieht man jetzt hier auch diese Ausrichtung und diese Ausrichtung die kann ich mir auch speichern das hatten wir ganz am Anfang schon mal gesehen wenn ich hier runter scrolle ganz unten in die Transform Orientations dann kann ich die hier erzeugen mit Create und habe jetzt hier einen neuen Menüpunkt zur Auswahl nämlich Phase und wenn ich jetzt noch diese anderen Flächen mit dazu auswähle oder auch das kennen wir ja auch schon wenn ich hier im Kantenauswahlmodus bin könnte ich diese Loop Cuts auswählen und mehrere Loop Cuts kann man auswählen mit Alt Shift rechter Maustaste also so und das hatte ich noch nicht erzählt man kann auch Phase Loops auswählen das mache ich jetzt mal also auch bei Flächen geht das und zwar um jetzt diese beiden Loops aus Flächen auszuwählen bringe ich die Maus über diese Kante drücke Alt rechte Maustaste habe jetzt hier damit diesen sogenannten Phase Loop also diese Flächen gehen hier einmal rund rum also einmal den ausgewählt um jetzt noch den anderen dazu auszuwählen halte ich die Alt und die Shift Taste gedrückt jetzt rechte Maustaste hier drauf und habe jetzt damit beide ausgewählt und kann jetzt hier das Phase Orientation Menü auswählen also diese Ausrichtung die wir gerade manuell erzeugt hatten und kann damit jetzt die entlang dieser Richtung bewegen und um jetzt in der Mitte noch eine Rundung zu erzeugen wechsle ich in den Kantenauswahlmodus wähle dann nur den mittleren Add Loop aus also Alt rechte Maustaste auf diese Kante und kann diesen jetzt auch entlang der Phase Ausrichtung bewegen und habe jetzt hier eine runde Rückenlehne oder leicht runde Rückenlehne so jetzt drücke ich wieder Alt H für Show Hidden schau mal durch die Kamera mit 0 und habe jetzt hier dadurch dass es Instanzen waren schön vier Stühle mit einer weichen runden Rückenlehne im Grunde beherrschen sie jetzt alles an Mesh Modeling Tools was sie wissen müssen also Loop Cuts Unterteilungen Extrusionen und so weiter aber es gibt noch eine andere Art des Modelings und das ist das Modellieren durch Modifier also man kann ein Mesh nicht nur verformen oder bewegen oder modellieren indem man im Edit Modus die einzelnen Punkte manuell verschiebt und damit gewissermaßen ein destruktives Modeling betreibt denn alles was ich hier verändert habe das kann man zwar rückgängig machen wenn man will aber nach einer bestimmten Anzahl von Aktionen ist der Arbeitsspeicher erschöpft oder beziehungsweise also die Anzahl der Aktionen die man rückgängig machen kann ist voll das sind in der Regel 32 also standardmäßig 32 Aktionen und nachdem diese 32 Aktionen voll sind dann kann man das jetzt nicht mehr rückgängig machen daher kann man das auch destruktives Modeling nennen und dann gibt es aber noch das sogenannte non-destruktive Modeling und das ist eben das Modeling in dem man einen Modifier verwendet also man belässt das Mesh so wie es ist und verformt es durch eine extra Funktion durch einen Modifier und diese Modifier die finden Sie im Eigenschaftenfenster hier bei diesem kleinen Schraubenschlüssel das ist das Modifier Panel die Object Modifiers und wenn man hier auf Add Modifier klickt dann hat man eine ganze Liste von verschiedenen Optionen die man hier auswählen kann und zwar gibt es hier einmal Modifier mit dem man ein Objekt modifizieren kann mit dem man neue Geometrie erzeugen kann das sind alle die hier bei Generate dann gibt es Modifier die ein Objekt deformieren und dann gibt es noch Modifier mit dem man bestimmte Simulationen ausführen kann also Flüssigkeitssimulationen Softbody Kleidungssimulationen und so weiter und ich will jetzt mal mit einem neuen Würfel anfangen deswegen drücke ich einfach STRG N für neue Szene bzw. gehe hier hin File New und ohne dass ich diesen Würfel jetzt irgendwie bearbeite gehe ich zu dem Modifier Menü und füge einen neuen Modifier hinzu und zwar möchte ich jetzt mal neue Geometrie erzeugen und dann nehme ich mal den ersten den es hier zur Auswahl gibt nämlich den sogenannten Array und auf einmal haben wir hier einen länglicheren Würfel und dieser Array wie kann man das übersetzen der Array erzeugt eine ganze Reihe von Duplikaten von diesem Würfel und diese Duplikate die sind alle Teil von diesem Hauptobjekt jetzt schaue ich mir jetzt mal an was hier erschienen ist hier gibt es einmal einen Count also eine Anzahl und wenn ich die erhöhe wird dieser Würfel jetzt länger es ist nicht ein zusammenhängendes Objekt ich habe jetzt hier sechs Duplikate von diesem Würfel und die scheinen nur zusammenzuhängen weil hier der relative Offset auf 1 gestellt ist und wenn ich diese Zahl erhöhe dann sehen Sie dass Sie jetzt hier eine ganze Reihe von Duplikaten von diesem Würfel haben und mit diesen Feldern kann man eben einen Offset vergeben das heißt einen Versatz und das geht nach XYZ wenn ich hier mal einen Y-Versatz vergebe dann habe ich hier so eine schräge Linie und wenn ich auch noch bei Z einen Versatz angebe dann wirkt sich das auch so aus dass ich jetzt hier wie eine Treppe habe und das gibt es eben einmal Relativ und Relativ bedeutet es wird die Ausdehnung von dem Objekt genommen und entsprechend dazu ein relativer Offset vergeben man kann auch einen konstanten Offset angeben und da werden eben die globalen Koordinaten verwendet das heißt also wenn ich hier einen Offset von X3 vergebe dann sind alle diese Würfel drei Blendeeinheiten voneinander entfernt und zwar egal wie groß diese Würfel sind das heißt wenn ich jetzt in den Edit Modus gehe stellen sie auch eins fest und zwar der Edit Modus bezieht sich wieder nur auf mein Original Objekt also hier und wenn ich hier die Ausdehnung verändere dann wirkt sich das wieder auf alles aus das heißt wenn ich das jetzt hier nah genug aneinander bringe dann schließe ich hier die Lücke wenn sie aber einen relativen Versatz haben ich mache jetzt mir das Häkchen bei Konstant wieder aus und gehe zu Relativ setze das wieder beides auf 0 und tippe jetzt hier mal ein Relative Offset ist 3 dann werden hier immer noch zwei zusätzliche Objekte dazwischen passen egal wie breit das ist also wenn ich hier die Breite erhöhe dann entfernen sich diese Duplikate auch immer weiter von dem Original Würfel damit hier immer zwei Varianten hineinpassen um diesen Offset von 3 zu gewährleisten und das schöne bei diesen Modifier ist nun dass sie non destruktiv sind das heißt man kann sie anschalten man kann sie ausschalten man kann sie hinzufügen man kann sie auch wieder wegnehmen und das kann man hier oben tun in dieser Leiste und ich habe jetzt hier vier Optionen einmal kann ich mir den Modifier im Edit Modus entweder anzeigen lassen oder nicht anzeigen das heißt wenn ich diesen Effekt von dem Modifier nicht sehen will dann drücke ich einfach hier drauf und sehe damit jetzt den Effekt von dem Modifier nicht mehr und zwar während ich im Edit Modus bin sobald ich den Edit Modus verlasse und in den Object Mode gehe dann sehe ich wieder den Effekt und wenn ich das nicht will dann kann ich hier mit diesem Auge den Effekt von dem Modifier auch im Object Mode abschalten und nur wenn das jetzt gerendert werden würde also wenn ich hier mit Render Image ein Bild berechne dann würde noch dieser Modifier verwendet werden und auch das kann man ausschalten ich gucke jetzt nochmal prüfen ob das tatsächlich da ist und jawohl und selbst wenn ich das jetzt ausschalte und hier ein Bild berechne dann habe ich hier jetzt diese durchgängige Form man sieht aber auch es kommt hier zu sehr schwerwiegenden Renderfehlern und zwar deswegen weil sich diese Objekte jetzt gegenseitig durchdringen und das ist wie wir wissen auch vom Duplikat beim Shift D das ist immer schlecht wenn sich Objekte so durchdringen dass hier die Flächen aufeinander liegen das heißt wenn ich jetzt also diesen Effekt auch im Rendering nicht sehen will dann kann ich hier die Kamera ausschalten und damit ist dieser Modifier jetzt für den Renderer unsichtbar und wenn ich jetzt dieses Bild berechne dann habe ich einfach nur meinen Würfel und zwar und so kann man diese Modifier eben einschalten ausschalten ganz wie es einem beliebt und selbst im Edit Modus gibt es noch diese vierte Funktion dass ich wenn ich diesen letzten Button auch noch einschalte dann sehe ich eben hier auch die Vertices beziehungsweise die virtuellen Vertices muss man sagen denn auch wenn ich die jetzt hier auswähle dann sitzt mein Widget also mein Transformations Zentrum nur dort wo der originale Punkt auch war also hier und wenn man den ganzen Effekt löschen will dann kann man das tun und zwar indem man hier auf dieses kleine X klickt und damit ist der Modifier jetzt weg und ich bin da wo ich vorher auch wieder war ich drücke jetzt mal STRG Z damit ich man kann den Modifier auch anwenden das nennt sich dann Apply Modifier das wäre dann dieser Button hier und das kann ich nur tun solange ich im Object Mode bin also wenn ich im Edit Modus bin und drücke hier drauf dann kriege ich eine Fehlermeldung Modifiers cannot be applied in Edit Mode also gehe ich aus dem Edit Modus wieder raus in Object Mode klicke nochmal auf Apply dieser virtuellen Geometrie tatsächliche Geometrie geworden das heißt ich kann jetzt alle diese Punkte einzeln auswählen und unabhängig voneinander bewegen und dieser Array Modifier hat dabei vielfältige Einsatzmöglichkeiten wenn ich hier mal aus dem Fenster schaue dann sehe ich viele Gebäude die scheinbar nur aus einem einzigen Raum bestehen und dann halt mit einem Array Modifier dupliziert worden sind und vielleicht kann man das mal ganz also Edit Modus GZ1 Object Mode S2 damit das Ganze etwas größer wird und jetzt Steuerung R für einen Loop Cut hier am Boden noch ein Loop Cut und zwar hier oben noch ein Loop Cut hier und noch ein Loop Cut hier und dann diese Bürogebäude die haben hier solche Leisten Sie werden gleich sehen was ich meine also einmal hier und einmal hier so und das sind jetzt nämlich die Fenster die kann man hier einmal extrudieren und zwar so und im Grunde viel mehr haben diese Bürogebäude auch nicht also die bestehen eigentlich nur aus diesen Formen sehr sehr einfach und dann aber halt nicht nur ein Fenster sondern ganz viele davon und damit ich jetzt nicht hier das duplizieren muss oder manuell da kann man jetzt diesen Array verwenden jetzt gehe ich zu Add modifier Generate Array und sehen jetzt es wurde die falsche Achse verwendet und da kann ich jetzt den Offset ändern indem ich bei X 0 eintrage und stattdessen den Offset entlang der Y Achse verlaufen lasse also hier bei der Y Achse trage ich jetzt ein 1 und wenn ich jetzt hier den Count also die Anzahl erhöhe dann habe ich hier jetzt schon mal ein Stockwerk und da mir jetzt auffällt dass das Ganze etwas kurz ist kann ich jetzt hier noch in den Edit Modus gehen und mit B wie Border Select vielleicht Z also so eine Auswahl treffen das nach hinten ziehen und so kann natürlich sehr schön dynamisch alles nochmal nachträglich anpassen und weil diese Gebäude nicht nur ein Stockwerk haben sondern wie viele sind es vier kann ich jetzt eine Sache machen nämlich entweder hier im Edit Modus das Ganze duplizieren und nach oben bewegen oder ich kann hier auch diesen Array kopieren und genau das tue ich jetzt copy und das Ganze ist jetzt etwas länger geworden ich klappe mal diesen ersten Array ein mit diesem kleinen Pfeil hier und habe jetzt hier den zweiten Array der verwendet wieder sechs mal die Anzahl also sechs mal dupliziert aber eben immer noch entlang der y Achse und um ein Stockwerk zu erzeugen soll das natürlich entlang der z Achse dupliziert werden deswegen bringe ich jetzt die Maus über diese 0 kopiere mir die STRG C dann bringe die Maus über dieses Feld drücke STRG V und hier klicke ich jetzt rein und drücke 1 und siehe da wir haben sechs Stockwerke vielleicht vier reicht vielleicht aus so und da mir jetzt auffällt dass die Fenster hier vielleicht durchsichtig sein sollten wähle ich mir diese Flächen aus drücke x3 und habe jetzt die Fenster geöffnet und so kann man also sehr sehr schnell sehr viel Geometrie erzeugen und gerade bei der Architektur von heutzutage kann einem dieser Array Modifier also wirklich viel viel Arbeit abnehmen Neben dem Array Modifier gibt es noch eine ganze Reihe weiterer außerordentlich praktischer Modifier also gehe ich nochmal hier hin und einer der ganz praktischen Modifier ganz häufig verwendet ist Mirror also der Spiegel Modifier und wenn ich diesen Spiegel Modifier einmal anwende dann scheint zunächst einmal nichts zu passieren das liegt aber daran dass dieser Würfel von Haus aus schon symmetrisch ist denn was der Spiegel Modifier tut ist er spiegelt die Geometrie an dem Objekt Ursprung und zwar entlang einer bestimmten Achse in diesem Fall ist das die X Achse das heißt die Geometrie die hier auf der einen Seite ist die wird durch diesen Mirror Modifier entlang der X Achse auf die andere Seite gespiegelt also wenn ich jetzt mal eins drücke um hier von vorne drauf zu gucken dann wird die rechte Seite auf die linke Seite gespiegelt beziehungsweise umgekehrt davon kriegt man im Moment noch nicht viel mit das wird man erst feststellen wenn ich wählt ist nehme und nach rechts bewege dann sehen sie wie diese Bewegung hier gespiegelt wird auf der anderen Seite und wenn ich das jetzt mal loslasse dann kann ich hier zum Beispiel diesen Punkt auswählen und bewegen und alles was ich hier drüben tue wird hier jetzt gespiegelt und das ist natürlich außerordentlich praktisch für alles was symmetrisch ist und das ist eine ganze Menge und um jetzt tatsächlich eine richtige Symmetrie herzustellen ohne dass wir hier dieses Loch in der Mitte haben kann ich jetzt alle diese Punkte nehmen und in die Mitte bewegen und wenn ich das tue dann ist das jetzt erstmal hier geschlossen aber hier unten ragt dieser eine Vertex noch aus dieser Form heraus und daher kann ich hier einen Trick verwenden nämlich die Option Clipping und Clipping heißt dass alle Vertices die in der Mitte sind in der Mitte kleben bleiben sodass wenn ich jetzt alle diese Punkte die noch ausgewählt sind nach außen versuche zu bewegen dann bleiben die in der Mitte kleben und wenn ich die Maus loslasse dann kann ich die jetzt auch nicht mehr in die Richtung bewegen also die stecken jetzt hier in der Mitte fest und das ist natürlich überaus praktisch denn jetzt kann ich die hier frei bewegen und laufe nicht Gefahr hier ein Loch zu erzeugen im Moment haben wir hier noch das Problem dass in der Mitte noch eine Fläche ist also wenn ich hier mal den Face Select Modus anschalte dann sehen sie hier in der Mitte haben wir noch diese Fläche und so etwas sollte man immer vermeiden also Flächen die in einer Form drin sind die sieht man erstens nicht und zweitens erzeugen die nur Probleme warum wird man später nochmal sehen ich will jetzt erstmal diese Fläche löschen drücke jetzt also X und dann 3 also Delete Faces und gehe aus dem Edit Modus raus drücke Z und bin jetzt hier im Object Mode im Solid Draw Type Shading und kann hiermit jetzt also eine ganze Menge machen also im Edit Modus hier weiter modellieren extrudieren und so weiter also der Mirror Modifier ist hier sehr sehr praktisch ich fange nochmal mit einer neuen Szene an denn wie wir gesehen haben sollte beim Mirror Modifier innen drin keine Fläche sein und statt jetzt den Würfel hier nach außen zu bewegen und dann diese Fläche hier zu löschen ist es viel einfacher wenn man hier sich des Loop Cuts bedient also wenn ich bevor ich diesen Mirror Modifier erzeuge drücke die Tabulato Taste dann Steuerung R setze hier einen Loop Cut in der Mitte und zwar sollte ich das tun während ich von vorne gucke also drücke ich jetzt einmal 1 gucke hier von vorne drauf und drücke jetzt Steuerung R und hier in der Mitte kann ich jetzt mit der linken Maustaste einmal klicken zweimal klicken und habe jetzt hier direkt in der Mitte diesen Loop Cut erzeugt wenn ich jetzt diese vier Punkte auswähle dann kann ich die löschen mit X1 also Delete Vertices habe jetzt hier scheinbar ein Loch erzeugt aber da mein Zentrum hier noch genau in der Mitte ist kann ich wenn ich hier den Mirror Modifier anwende dieses Loch wieder schließen und habe jetzt hier eine perfekte symmetrische Form kann hier jetzt damit ein Loch verhindert wird Clipping einschalten ich zeige mal kurz was passiert wenn man das nicht macht also Clipping ist ausgeschaltet und ich kann jetzt diese Punkte nehmen und nach außen ziehen und in der Regel will man das nicht deswegen damit man das vermeidet kann man hier eine Checkbox aktivieren nämlich Clipping ziehe die jetzt nochmal in die Mitte und da bleiben die jetzt auch kleben und habe hier jetzt eine perfekte symmetrische Form und alles was ich damit mache bleibt hier symmetrisch so und der praktische Nutzen dabei ist liegt auf der Hand ich kann das jetzt hier schön weiter modellieren also GZ1 erstmal um das hier nach oben zu bewegen damit das schön auf dem Fußboden aufliegt dann nehme ich mir die Fläche hier oben bewege die nach unten könnte jetzt zum Beispiel die Grundfläche eines Sessels werden so ein Sessel hat natürlich eine Armlehne und diese Armlehne will ich erzeugen indem ich hier einen neuen Loop Cut einziehe und von hier aus könnte ich jetzt die Armlehne nach oben ziehen aber für die Rückenlehne mache hier noch einen Loop Cut also hier und jetzt stelle ich gerade fest das ist vielleicht etwas niedrig deswegen gehe ich nochmal hier in diesen Flächen Auswahl Modus wähle alles das aus bewege das nach oben und jetzt kann ich hier das auswählen und nochmal extrudieren dann vielleicht etwas nach außen bewegen etwas größer machen und habe jetzt hier einen wunderbaren Sessel und da dieser Sessel auch noch Füße kriegen soll gehe ich nochmal in den Edit Modus drücke 7 für die Ansicht von oben 5 damit ich von der Perspektiv Ansicht in die orthografische Ansicht komme Z für den Wireframe Draw Type klicke jetzt hierhin damit mein 3D Cursor hier in der Mitte sitzt denn hier möchte ich jetzt den Fuß von diesem Sessel einbauen drücke ich erstmal A damit nichts mehr ausgewählt ist dann Shift A Add Cylinder und hier ist jetzt eine kleine Besonderheit denn wenn ich jetzt anfange zu skalieren dann stellen sie fest das bleibt jetzt in der Mitte kleben eben weil wir Clipping aktiviert hatten und damit ich jetzt dieses Bein von dem Sessel skalieren kann mache ich jetzt mal kurz Clipping aus S um das Ganze kleiner zu machen so in etwa und anschließend kann ich Clipping wieder einschalten jetzt drücke ich 1 für die Ansicht von vorne ziehe das etwas nach unten so dann nochmal alles auswählen damit das wieder so ordentlich ist wunderbar jetzt wähle ich wiederum den Fuß aus mit STRG L gucke wieder von oben mit 7 und jetzt Shift D Y um das hier nach vorne zu bewegen und fertig ist unser Sessel so furchtbar gemütlich ist der Sessel allerdings nicht also so in einem so scharfkantigen Sessel will wohl keiner sitzen und deswegen müssten wir jetzt irgendwie einen Weg finden das Ganze weich zu machen und das bringt uns zu dem nächsten Modifier und das ist der Subdivision Surface Modifier ich fange mal mit einer neuen Szene an und ohne jetzt hier viel zu machen gehe ich zu dem Modifier Panel und sage Add Modifier und dann Subdivision Surface und auf einmal habe ich keinen Würfel mehr sondern fast einen Ball und wenn ich in den Edit Modus gehe dann sieht man der Würfel ist noch da und innerhalb von diesem Würfel hängt jetzt diese Form von diesem Ball und es gibt hier eine Option wo ich die Anzahl der Subdivisions also Scheinbar ist der Würfel für die Ansicht also für die View anders unterteilt als für das Rendering und Rendering wenn ich jetzt mal auf F12 also der Shortcut fürs Rendern klicke oder hier Render Image Shortcut F12 dann sieht man hier der Würfel ist viel stärker unterteilt als er das in der Ansicht ist so Escape um hier dieses Render Resultat wieder zu entfernen und ich gehe jetzt wieder zu dem Modifier Panel und kann jetzt hier auch für den Viewport angeben dass hier zwei Unterteilungen verwendet werden so und dieser Subdivision Surface oder kurz der Subsurf Modifier ist einer der wichtigsten Modifier im Blender überhaupt denn immer wenn man das mit weichen organischen Oberflächen zu tun hat dann kann man diese erzeugen indem man den Subsurf Modifier anwendet denn natürlich kann man so eine Form auch modellieren das hatten wir ja schon gesehen ich zeige Ihnen das nochmal kurz wenn ich hier einen Würfel habe und im Edit Modus gehe ich hier hin und sage Subdivide und kann hier die Smoothness auf 1 stellen und bei Number of Cuts sage ich jetzt hier mal 2 und das ist im Grunde fast das gleiche als das was wir hier jetzt haben allerdings um das jetzt zu modellieren muss ich viel mehr arbeiten muss viel mehr Vertices auswählen die ich hier bei dem Original Cube hier mit diesem Subsurf Modifier reicht es wenn ich im Edit Modus eine Ecke auswähle und kann hier jetzt diese ganze Form bewegen und definieren und kann hier also sehr schön mit sehr wenigen Punkten einen großen Effekt erzielen so wie der Algorithmus funktioniert das ist mir selber nicht ganz klar ich bin ja auch kein Mathematiker aber dieser Algorithmus für diese Subdivision Surfaces der wurde eben erfunden von ich glaube er hieß Ad Catmull und weiß ich nicht John Clark oder so also Catmull Clark das sind die Erfinder von diesem Algorithmus und der sucht sich eben zwei Punkte und zwischen den zwei Punkten wird eine Oberfläche aufgezogen die eben so weich dargestellt wird vielleicht zeige ich Ihnen das nochmal kurz an einer Ebene also wenn ich einfach nur eine Plane habe und diese beiden Punkte lösche und sage jetzt hier Ad Modifier Subdivision Surface dann passiert hier erstmal nicht viel also diese beiden Punkte die werden einfach genommen und irgendwie weich dargestellt und ja das verkürzt diese Kante jetzt hier und sobald ich zwischen diesen Punkten jetzt einen dritten Punkt einfüge indem ich jetzt alles auswähle und dann hier auf Subdivide gehe oder den Shortcut es gibt nämlich noch ein Menü mit W das W ist das Specials Menü und bei W sehr häufig gebräuchliche Befehle also zum Beispiel auch dieser Subdivide Befehl und bei dieser Subdivide Befehl immer an der Position 1 ist wäre der Shortcut für Subdivide W 1 kann man sich auch mit der Zeit merken ansonsten immer hier über Add Subdivide so wenn ich jetzt diesen Punkt nehme und nach unten bewege und nochmal den Edit Modus verlasse dann sehen sie wie jetzt hier daraus eine runde Linie wird und wenn ich die Subdivisions erhöhe dann habe ich jetzt eine noch rundere Linie und um das Ganze jetzt auch im Edit Modus zu sehen aktiviere ich jetzt noch diesen vierten Punkt hier um mir den Effekt von dem Modifier auch im Edit Modus ansehen zu können und solange ich nur eine Linie habe oder eine Kante habe sieht das Ganze so aus aber sobald man jetzt hier eine Fläche daraus extrudiert sieht man jetzt wie aus der ansonsten sehr kantigen Fläche also dieses Dreieck dieses Dach wird das jetzt hier weich dargestellt und das kann ich jetzt auch nehmen und mit E Z extrudieren und habe jetzt hier so eine weiche Form wenn man das jetzt ausschaltet dann die Original Form würde also so aussehen nun diese Subdivision Surfaces die funktionieren am besten mit den sogenannten Quad Faces die haben wir schon kennengelernt also mit Vierecken und wenn hier in dieser Form ein Dreieck ist dann stört das diesen Algorithmus von diesem Subdivision Surface Objekt ich schalte das hier nochmal an und erhöhe die Anzahl der Unterteilungen damit man diese weiche Oberfläche besser sehen kann jetzt gehe ich hier mal auf drei Unterteilungen gehe in den Edit Modus schalte mal die Vorschau im Edit Modus aus also ich deaktiviere diesen Knopf und hier sieht man jetzt das zugrunde liegende Mesh aus dem diese Subdivision Surface Form entsteht und an dieser Stelle für diese Kante möchte ich jetzt eine Unterteilung und zwar eine manuelle Unterteilung vornehmen indem ich etwas anders aussieht als vorher also wenn ich jetzt nochmal das Ganze rückgängig mache mit Steuerung Z dann haben wir jetzt hier eine ganz ebenmäßige Form also alles baut sich hier aus diesen Viercken aus und sobald ich hier das unterteile mit Subdivide dann wird dieses Muster gestört und man kriegt hier so einen Pol also das hier ist ein Pol ein Punkt in der Mitte und von diesem 5 6 Kanten und das kann beim Modeling später zu Problemen führen also deswegen das ist eine der Regeln gerade beim organischen Modeling dass man in der Regel versucht Dreiecke zu vermeiden eben weil dieser Subserve Modifier am besten funktioniert wenn man Vierecke hat so in der praktischen Nutzen ist hier ganz offensichtlich wenn ich nochmal diesen Sessel öffne und habe jetzt hier noch diesen Mirror Modifier und füge jetzt noch diesen Modifier hinzu also Add Modifier Generate Subdivision Surface dann sieht es zwar immer noch etwas komisch aus aber wenn ich hier die Subdivisions erhöhe dann habe ich immerhin hier schon eine schöne weiche Form und je höher ich diese Subdivisions einstelle desto weicher wird diese Oberfläche und irgendwann haben wir eine perfekte glatte Oberfläche der kleine Nachteil dabei ist dass es jetzt tatsächlich hier sich um wie viel sind es denn eine Million 1,5 Millionen Vertices handelt sie sind zwar alle nur virtuell aber trotzdem werden sie von der Grafikkarte dargestellt und machen jetzt wie sie sehen den Viewport furchtbar träge und wenn man da ranzoomt dann sieht man hier alles das sind diese kleinen Vierecke die hier entstehen der Grund dafür dass wir jetzt obwohl wir nur sechs Unterteilungen haben dass jetzt hier 1,5 Millionen Vertices vorhanden sind das ist ganz einfach wenn man sich mal anschaut was passiert wenn man einfach eine Fläche hat und die unterteilt also ich habe hier eine Fläche gehe in Edit Modus und fange jetzt an mit W Subdivide und habe aus einer Fläche jetzt vier Flächen erstellt die Anzahl der Flächen die sehen Sie auch hier oben bei Faces 4 minus 4 also vier Flächen sind ausgewählt von vier möglichen wenn ich nur eine Fläche ausgewählt habe dann ist hier 1 minus 4 also eine Fläche von 4 so diese vier Flächen wähle ich jetzt aus und drücke nochmal W 1 also Subdivide und habe jetzt aus diesen vier Flächen auf einmal 16 Flächen gemacht und es geht jetzt natürlich immer so weiter also nochmal eine weitere Unterteilung W 1 jetzt habe ich es wird immer eine Potenz hinzugefügt deswegen sollte man aufpassen dass man hier nicht zu viele Unterteilungen hat ansonsten läuft man schnell Gefahr dass man seine Grafikkarte überlastet also ich setze das wieder zurück auf 2 und vielleicht ganz kurz man kann diesen Algorithmus auch ändern von Catmull Clark auf simple aber simple bewirkt nicht viel simple unterteilt einfach die Flächen so als würde ich einfach W Subdivide drücken und zwar ohne dass hier irgendeine weiche Darstellung passiert also in der Regel verwendet man den Catmull Clark Algorithmus und um jetzt hier die Lehnen etwas weniger dünn zu haben kann ich nochmal in Edit Modus gehen und hier die Form etwas mehr unterstützen sehen ja dass diese runde Form quasi wie ein Zelt wie ein Iglu Zelt aufgezogen wird zwischen diesen dieses zelt jetzt haltenden Faces zwischen diesen Edges also diese Edges sind wie so ein Drahtgerüst und dazwischen spannt sich jetzt diese Oberfläche auf und um jetzt hier die Lehne etwas breiter zu haben besonders hier in der Mitte kann ich jetzt noch einen Loop Cut einziehen also STRG R und habe jetzt hier noch eine unterstützende Kante gewissermaßen sodass jetzt dieser Algorithmus nicht mehr zwischen hier zwischen diesem gleiche Oberfläche aufzieht sondern zwischen der Kante und der hier und so kann man hier durch zusätzliche Loop Cuts die Form etwas besser steuern genauso wie hier und hier sind wir jetzt schon bei einem recht fortgeschrittenen Thema nämlich das Subdivision Surface Modeling dem werden wir später nochmal begegnen beim Character Modeling aber selbst für so einfache Sachen wie dieser Sessel ist das schon sehr sehr praktisch so und jetzt kann man hier vielleicht noch das auswählen das etwas breiter machen hier und einfach dadurch dass man diese paar Edges hier bewegt und verformt kann man hier auch die darunter liegende weiche Oberfläche weiter verformen und modellieren und das möchte ich auch tun hier bei den Füßen also damit das hier nicht solche komischen Kugeln werden gehe ich jetzt hier hin sage STRG R Loop Cut und ziehe diesen Loop Cut bis ganz nach oben damit hier noch eine geschlossene Form quasi vorherrscht und das jetzt hier nicht so abgerundet wird das Ganze mache ich auch hier und da ich immer noch diesen Mirror Modifier aktiviert habe muss ich das nur auf der einen Seite machen und auf der anderen Seite wird es automatisch gespiegelt jetzt haben wir hier zwar dank dieses Subsurf Modifiers diese schöne organische Oberfläche allerdings ist diese Oberfläche immer noch so facettiert und bei einem Sessel hätte man natürlich lieber eine schöne glatte Oberfläche und es gibt jetzt zwei Wege so eine glatte Oberfläche zu erzeugen und das eine ist man kann natürlich hier die Subdivisions so hoch stellen dass man diese einzelnen Flächen gar nicht mehr sieht und das ist hier bei 5 beziehungsweise bei 6 der Fall aber Sie merken schon wenn ich jetzt versuche den Viewport zu bewegen dann ist das Ganze extrem langsam und wenn Sie mal hier oben in der Header Leiste gucken dann wird hier angezeigt VE also Vertices sind wir schon bei über 2 Millionen und das macht natürlich nicht nur den Viewport träge wie man hier sieht sondern auch das Rendering denn man könnte natürlich sagen ich stelle die Subdivisions im Viewport nur auf 2 und beim Rendering wird dann aber 6 verwendet aber diese Geometrie die muss jetzt fürs Rendering erzeugt werden und wenn ich jetzt mal auf F12 drücke also der Shortcut für Rendern dann sehen Sie wie lange das dauert bis überhaupt der Render Prozess anfängt also Blender hat hier ganz schön zu tun erstmal die Szene vorzubereiten und vorher waren wir bei einer Render Zeit von einer Sekunde und jetzt sind wir schon bei 18 Sekunden also einfach nur dadurch dass wir die Subdivisions erhöht haben für den Rendervorgang haben wir jetzt sehr viel höhere Render Zeiten und das will man natürlich nicht und daher verwenden die meisten 3D Programme einen Trick nämlich das sogenannte Smooth Shading und dieses Smooth Shading bitte nicht verwechseln mit den Shading Ansichten hier für den Viewport also das Viewport Shading ist wirklich nur für die Vorschau für den Bearbeitungsmodus also wenn ich hier auf Wireframe stelle dann sehe ich das hier so als Wireframe aber wenn ich das rendere dann wird trotzdem noch die Oberfläche mit gerendert und dieses Smooth Shading das bezieht sich eben auch auf den Rendervorgang und dieses Smooth Shading das können Sie hier einstellen in der Werkzeugleiste bei Shading klicken Sie einmal auf Smooth und dann werden alle diese Flächen jetzt so glatt dargestellt aber wenn man sich das mal genau anguckt dann sieht man dass der Winkel hier immer noch relativ steil ist also die Geometrie an sich hat sich nicht verändert und die Anzahl der Vertices hat sich auch nicht verändert also wenn ich nochmal auf Flat Shading gehe dann verändert sich hier gar nichts und Sie sehen hier jetzt diesen spitzen Winkel Ich gehe nochmal auf Smooth Shading und obwohl sich dieser Oberfläche also das ist einfach ein Trick das dem Licht das hier um diesen Körper herum fließt vorgegaukelt wird der Winkel zwischen diesen beiden Flächen wäre also sehr sehr flach sodass jetzt hier eine glatte Oberfläche vorherrscht obwohl ich einen spitzen Winkel habe das kann man natürlich nicht bei allen Winkeln machen dieser Trick funktioniert natürlich immer dann am besten wenn der Winkel zwischen diesen Flächen von Haus aus schon relativ flach ist also wenn ich mal den Subsurf Modifier für den Viewport ausstelle dann sieht man dass Blender hier immer noch versucht eine weiche Kante darzustellen aber da der Winkel zwischen dieser Fläche und dieser hier nun über 90 Grad ist sieht das jetzt etwas merkwürdig aus also das funktioniert immer dann am besten wenn der Winkel von Haus aus flach ist deswegen stelle als Beispiel wo diese Methode nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt möchte ich mal einen Zylinder erzeugen also ich gehe mal auf Ebene 2 weil den Sessel möchte ich behalten und brauche jetzt auch keine neue Szene ich gehe jetzt einfach auf Ebene 2 und erzeuge jetzt hier einen Zylinder also Add Mesh Cylinder und stelle jetzt hier Smooth Shading ein und das funktioniert jetzt im Falle von aber der Übergang von dieser Fläche hier oben zu dieser Rundung das sieht also etwas merkwürdig aus und das Problem hierbei ist nun wie schon erwähnt dass Bender jetzt versucht alle Winkel ganz flach darzustellen also es wird kein Winkel mehr scharfkantig geschadet sondern überall haben wir diese weichen Übergänge und diese weichen Übergänge die sehen hier gut aus denn hier haben wir relativ Flachwinkel diese Rundung aber hier bei diesem 90 Grad Winkel sieht das natürlich relativ merkwürdig aus nun kann man wiederum einen Trick verwenden um dieses Problem zu beheben und das ist im Edit Modus einen Loop Cut einzuziehen nämlich von hier aus der Mitte diesen Loop Cut bis ganz hoch zu ziehen den hier abzusetzen und wenn ich jetzt mal aus dem Edit Modus wieder raus gehe dann sieht man dass ich jetzt hier eine schöne scharfe Kante habe und das liegt daran dass jetzt hier diese beiden Edges direkt aufeinander liegen und ich habe jetzt hier ein unendlich kleines Face hier zwischen und wenn hier für dieses eine Face der Winkel jetzt weich dargestellt wird dann stört mich das nicht weiter weil dieses Face ist wie gesagt so klein dass man das nicht sieht das heißt diese Fläche also diese Fläche und die hier die stoßen jetzt nicht direkt aneinander und deswegen versucht Blender nicht zwischen diesen beiden Flächen zu blenden beziehungsweise diese Flächen weich darzustellen sondern ich habe hier noch dazwischen eine Fläche und da ich diese Fläche nicht sehe habe ich jetzt hier diese scharfe Kante so also das funktioniert wäre aber ein klein wenig mühsam wenn man das immer machen möchte wenn man eine scharfe Kante haben will deswegen drücke ich mal STRG Z es gibt nämlich einen Modifier der genau dieses Problem behebt und das ist der sogenannte Edge Split Modifier also der Kantensplit also der Kantenteil Modifier jetzt gehe ich mal hier hin Add Modifier und da durch dieses Kantensplitten eine neue Kante erzeugt wird ist der auch bei Generate also hier Edge Split und diese weiche Kante diese weiche Kante sehen Sie natürlich nur wenn sie im Smooth Shading sind bei Flat Shading würde man das gar nicht weiter sehen also im Smooth Shading wird hier jetzt diese Kante auch scharf dargestellt das liegt daran dass Blender jetzt einen Winkel abfragt und jeder Winkel der steiler ist als 30 Grad wird gesplittet und durch das Splitten von dieser Kante habe ich weich darzustellen und wenn ich jetzt hier diesen Split Angle also den Split Winkel runter bewege einfach durch ziehen dann wird hier ab 12 11 Grad wird das jetzt hier auch scharfkantig dargestellt umgekehrt wenn ich den Winkel höher als 90 Grad einstelle dann habe ich wieder alles weich dargestellt weil der Winkel zwischen dieser Fläche und der hier beträgt eben 90 Grad also das wäre eine Methode um dieses Smooth Shading zu steuern man muss allerdings auch hier etwas aufpassen denn wenn man diesen Edge Split Modifier mit dem Subsurf Modifier kombiniert dann spielt hier die Reihenfolge eine große Rolle also wenn ich jetzt hier den Subdivision Surface Modifier noch hinzufüge dann funktioniert das in diesem Fall aber eben auch deswegen weil erst der Edge Split Modifier ist und dann erst der Subsurf Modifier also die Reihenfolge bei den Modifier die ist immer ganz wichtig wenn ich hier die Reihenfolge ändere also den Subsurf Modifier nach oben bewege dann sieht es auf einmal ganz anders aus denn Blender arbeitet diesen sogenannten Modifier Stack von oben nach unten ab das heißt ich habe erst diesen Subsurf Effekt also wenn ich den mal ausschalte erst wird diese Oberfläche so durch diesen Subsurf Modifier abgerundet gehen wir in den Edit Modus also hier zwischen diesen Kanten wird jetzt diese weiche Oberfläche eingezogen und wenn Blender damit fertig ist dann erst wird dieser Edge Split Modifier angewendet sodass jetzt hier diese Winkel die wir hier zwischen diesen Dreiecken haben die werden jetzt auch scharfkantig dargestellt da Blender diese jetzt splittet man kann hier aber auch direkt steuern an welcher Stelle denn geschnitten wird und zwar nicht nur durch diesen Edge Angle durch den Kanten Winkel sondern auch durch eine Markierung namens Sharp Edges und jetzt mache ich mal hier diese Checkbox aus und habe damit wieder überhaupt kein Edge Splitting aber jetzt gehe ich in den Edit Modus und markiere jetzt die Kanten hier also erstmal Alt rechte Maustaste um diese Kante zu markieren um die auszuwählen und kann jetzt bei Mesh Kanten als scharf markieren also wiederhole ich will irgendwas mit diesen Kanten machen und diese Kanten sind jetzt ein Teil des Meshes deswegen wäre die erste Idee man guckt einfach mal im Mesh Menü nach hier haben wir jetzt dieses Menü für die Edges und den Shortcut dafür kann man sich auch gut merken nämlich STRG-E CTRL Edges für die Faces wäre das dann STRG-F und V für die Vertices also CTRL Vertices CTRL Edges und CTRL Faces kann man sich eigentlich ganz gut merken also Edges und dann hier gibt es in diesem Menü den Eintrag Mark Sharp also als scharfkantig markieren und wenn ich das jetzt hier ausführe dann sieht man wie diese Kante jetzt die Farbe ändert das ist also diese Markierung und durch diese Markierung weiß Blender jetzt dass er nur diese Kante als scharfkantig darstellen soll also auch wenn ich jetzt hier die Subdivisions erhöhe dann sieht das zwar immer noch etwas merkwürdig aus aber diese Kante ist jetzt eben scharfkantig dargestellt gut so jetzt lösche ich das wieder mit X Delete hier wieder zu meinem Sessel und speichere den jetzt ab als Sessel also STRG-S für Save Als letzten Modifier in diesem Kapitel möchte ich Ihnen noch den Screw Modifier vorstellen also hier im Modifiers Panel finden Sie hier bei Generate den Screw also den Schrauben Modifier und wenn Sie den mal anwenden dann wird dieser Würfel jetzt zu einem Kreis und statt jetzt mit diesem Würfel weiterzuarbeiten gehe ich mal in den Edit Modus wähle alles aus beziehungsweise es ist ja schon alles ausgewählt und möchte das jetzt alles auf einen einzelnen Vertex zusammenschrumpfen und zwar direkt in der Mitte und das kann ich tun mit dem Merge Befehl also hier in der Werkzeugleiste ist hier unten bei Remove der Befehl Merge Shortcut wäre Alt M und hier kann ich jetzt auswählen Merge at Center oder Merge at Cursor und da der Cursor jetzt gerade am Nullpunkt ist möchte ich ihn auch da verschmelzen also Merge at Cursor sehen hier oben jetzt die Information Remove 7 Vertices also 7 Punkte entfernt und ich drücke jetzt 1 für die Vorderansicht 5 für die Orthographische Ansicht und will jetzt hier etwas extrudieren denn das was ich jetzt modelliere ist ein Weinglas und dieser Screw Modifier der dreht mir das so wie auf einer Drehbank beim Töpfer das hier in einem Winkel von 360 Grad gedreht wird sodass daraus dann eine Form entsteht das heißt ich brauche jetzt hier nur die Outline erstellen von diesem Glas und daher drücke ich jetzt E für Extrude X für die X-Achse und extrudiere das jetzt ein wenig hier rüber es ist zwar etwas groß also das wäre jetzt ein Meter aber das ist mir jetzt mal egal also E extrudieren und dann nochmal E nochmal extrudieren und Sie sehen jetzt hier schon dass hier eine Form entsteht jetzt extrudiere ich mal hier rüber und wenn ich mich hier mal bewege dann sehen Sie dass jetzt hier ein Fuß entstanden ist und den will ich jetzt hier rüber schieben so und kann jetzt hier einfach nur durch extrudieren den Stil von dem Weinglas erzeugen und dann hier so diese Form jetzt gehe ich mal mit Z in den Wireframe Draw Mode denn dieses Weinglas soll ja auch eine bestimmte Dicke bekommen deswegen extrudiere ich jetzt hier einmal rüber und kann Ihnen auch einen kleinen Trick zeigen denn statt immer E drücken zu müssen können Sie auch einfach nur STRG-Linke-Maus-Taste betätigen und das tut genau das nämlich es wird extrudiert und der Punkt wird dahin gesetzt wo Sie hinklicken also mit STRG-Linke-Maus-Taste also einfach nur einmal klicken können Sie hier sehr schnell solche Formen erzeugen hier ist jetzt allerdings etwas mehr Präzision gefragt deswegen drücke ich nochmal E X und bringe den Punkt jetzt hier in die Mitte so jetzt drücke ich Tabulator um aus dem Edit-Modus rauszugehen Z für Solid Viewport Shading und haben jetzt hier dieses Weinglas sehr schön damit das etwas weicher wird will ich hier noch den Subsurf Modifier anwenden also so und sehen jetzt dass hier ein paar Sachen etwas komisch aussehen also hier haben wir so eine scharfe Kante obwohl wir hier keine doppelten Vertices haben wir haben auch keinen Edge Split Modifier also das sieht etwas merkwürdig aus hier oben haben wir ein Problem also irgendwas läuft hier falsch auch hier innen drin und das hat etwas mit den Flächennormalen zu tun und auch mit dem Shading nämlich mit diesem Smooth Shading und das Problem hierbei ist dass durch dieses Extrudieren dass die Flächennormalen nicht ganz korrekt ausgerichtet sind die Flächennormalen Sie erinnern sich vielleicht das sind die Vektoren von einer Fläche die anzeigt wie die Fläche ausgerichtet ist und ich will jetzt mal diesen Screw Modifier anwenden also aus dieser virtuellen Geometrie tatsächliche Geometrie machen also drücke ich auf Apply gehe jetzt mal in den Edit Modus und zwar in den Face Select Mode drücke dann N und hier im Mesh Display Panel aktiviere ich Face Normals und hier sehen Sie jetzt dass einige von diesen normalen nach außen zeigen und andere wiederum nach innen die hier und das war eben ein Problem beim Extrudieren gerade beim Extrudieren von einzelnen Vertices weiß Blender nicht in welche Richtung soll das daraus entstehende Face denn ausgerichtet sein und hier ist es jetzt also so dass diese Flächen die Flächennormale nach außen gerichtet haben und das führt eben zu Problemen beim Shading das heißt alle Flächennormalen weisen idealerweise immer nach außen also wenn Sie eine geschlossene Oberfläche haben dann sollten alle normalen nach außen weisen und das können Sie ganz einfach erreichen indem Sie A drücken bis alles ausgewählt ist und jetzt die normalen nach außen berechnen das heißt dann auf Englisch Recalculate Normals Outside dafür gibt es auch einen Befehl den finden Sie hier bei den Mesh Tools hier bei Normals Recalculate und jetzt weisen alle normalen nach außen und wenn ich mal aus dem Edit Modus wieder rausgehe dann sind diese Probleme die wir gerade noch hatten jetzt weg also das ist jetzt eine wunderbar weiche Oberfläche ich drücke nochmal STRG Z um das rückgängig zu machen also hier haben wir jetzt wieder diese normalen Probleme mit dem Shading man könnte auch einzelne Flächen flippen nennt sich das dann also die Flächen normale umdrehen mit diesem Befehl Flip Direction das wäre jetzt bei allen diesen Flächen der Fall also hier unten weist die normale nach außen hier weist sie nach innen und deswegen könnte ich jetzt hier mit alt rechter Maustaste auf eine von diesen Längskanten diesen Loop auswählen und jetzt mit Flip Direction auch die normalen hier nach außen drehen aber das hat noch nicht gereicht denn diese normalen hier die weisen auch noch nach innen deswegen wähle ich am besten alles aus mit A und drücke jetzt den Shortcut STRG N also STRG N wie CTRL Normals könnte man sich vielleicht merken also hier Recalculate Normals Outside STRG N und jetzt wurde alles so ausgerichtet dass die normalen nach außen weisen und daher haben wir jetzt auch keine Probleme mehr beim Shading so um dieses Weinglas jetzt zu kompletieren will ich hier noch einen Loop Cut einziehen damit dieser Subsoft Modifier das hier nicht so weich lutscht deswegen gehe ich in den Edit Modus und drücke STRG R Loop Cut und kann es hier jetzt schön kontrollieren das gleiche kann ich jetzt auch hier unten machen und habe jetzt also hier mein Weinglas das Problem ist dass ich diesen Screw Modifier angewendet hatte deswegen wenn ich jetzt die Form also den Umriss von dem Glas verändern will dann kann ich das nicht mehr tun indem ich nur einen einzelnen Vertex bewege sondern müsst jetzt hier immer alle auswählen und die dann skalieren um hier den Umriss zu verändern deswegen drücke ich noch mal STRG Z ein paar Mal bis ich wieder meinen Screw Modifier habe und muss jetzt versuchen die einzelnen Vertex normalen umzuberechnen drücke noch mal STRG N und das hat auch geholfen man kann auch hier in diesem Screw Modifier Calculate Order aktivieren damit die Vertex normalen berechnet werden und genau also so kann man hier einstellen wie die normalen verlaufen und um jetzt hier diese Form besser definieren zu können müsste ich das jetzt hier unterteilen also ein Loop Cut funktioniert hier ja nicht denn ich habe keinen Loop also STRG R tut hier nichts ein Loop Cut funktioniert ja immer nur bei einem Loop aus 4 Ecken und da wir im Moment hier nur diese einzelne Linie haben können wir diesen Loop Cut hier nicht anwenden deswegen muss man hier jetzt manuell durchschneiden also entweder kann ich diese Kante auswählen und die Kante unterteilen mit Subdivide dadurch sitzt jetzt dieser Punkt hier in der Mitte den könnte ich jetzt nach oben bewegen oder das ist noch ein kleiner Trick man kann auch diese Kante auswählen und die ausgewählte Kante jetzt manuell durchschneiden und zwar mit dem Knife Tool mit dem Messer Tool also Knife auf Englisch K wäre Shortcut dafür K und jetzt solange ich K gedrückt halte kann ich jetzt mit der linken Maustaste hier klicken gedrückt halten und Sie sehen der Cursor hat sich jetzt zu einem kleinen Messer verwandelt und wenn ich jetzt hier eine Linie ziehe dann kann ich direkt da wo das Messer jetzt durch diese Kante durchschneidet hier einen Cut einfügen und durch diesen Cut kann jetzt dieser Subsurf Modifier das jetzt nicht mehr ganz so glatt ziehen habe jetzt hier so einen besseren Absatz zu meinem Fuß von dem Weinglas damit das jetzt nicht so komisch aussieht kann man hier vielleicht auch noch mal einen Cut einfügen deswegen wähle ich jetzt hier alles aus drücke K schneide hier einmal durch nochmal alles auswählen dann hier durchschneiden und habe jetzt jetzt immer noch diesen Screw Modifier aktiviert habe kann ich jetzt hier sehr schön den Umriss von dem Glas ändern kann also daraus auch einen Cognac Schwenker machen zum Beispiel oder vielleicht so ein Weinglas und hier oben ist mir noch etwas zu scharf deswegen wähle ich nochmal alles aus drücke K schneide hier durch und habe jetzt also mein fertiges Weinglas ich wie es ist jetzt habe ich hier sehr übersichtliche Geometrie also dieses ganze Ding besteht nur aus 21 vertices das heißt es muss beim Speichern jetzt auch sehr wenig gespeichert werden das was gespeichert wird sind eben wie gesagt nur diese 21 vertices und die Informationen darüber wie diese Modifier hier angeordnet sind wenn die Details noch erhöht werden sollen von diesem Screw Modifier kann ich diese Steps die kann ich einstellen für den Viewport also bei drei Steps habe ich hier sehr grobe Formen das rendere dann hat man trotzdem noch diese glatte Oberfläche denn die Render Steps sind hier bei 16 also auch hier kann man jetzt mit 16 im Viewport eine Vorschau haben und wenn es dann ganz glatt werden soll kann man hier diese Zahl erhöhen zum Beispiel auf 24 und hat hiermit jetzt eine noch glattere Form aber wie gesagt durch diesen Subsoft Modifier den wir hier hinten noch dran gesetzt haben wird das Ganze sowieso noch etwas glatter dargestellt deswegen kann man sich das hier auch sparen um das Ganze noch zu vervollständigen möchte ich jetzt mal dieses Glas duplizieren also Shift D Y um das zu verschieben und lösche jetzt mal alles das hier oben und zwar die Vertices also X1 auch das und das also habe ich jetzt hier nur noch diese eine Fläche extrudiere das nach oben und mal gucken was man hier noch so alles mit anstellen kann man kann diesen Screw Modifier nämlich noch so aktivieren dass der nicht einfach nur im Kreis sich bewegt sondern auch hier wie eine Schraube sich so nach oben bewegt also wenn Sie zusätzlich zu diesem Weinglas noch den Korkenzieher modellieren wollen dann können Sie hier einen Screw Wert verändern und zum Beispiel sagen der soll nicht nur einmal drehen sondern mehrmals und wenn man das noch etwas kleiner macht und oben noch ein Stück Holz modelliert dann hätten Sie hier jetzt auch den Korkenzieher modelliert und damit möchte ich jetzt dieses Kapitel Modeling und Modifier abschließen und kann mich dann im nächsten Schritt damit befassen wie man das Wohnzimmer ausleuchtet